Jetzt ist er da. Ich habe ihn nicht gebeten, in die Damentoilette und somit in mein Leben einzutreten. Nicht einmal angeklopft hat er. Genau da sah ich ihn. Hände waschen konnte ich nicht, weil ich ihn ja berühren musste. Und dann nahm ich ihn einfach mit nach Hause. Und jetzt ist er bei mir. Weißt du, seitdem er da ist, geht es mir viel besser. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn wäre. Ich bin so glücklich. Ich bin so süchtig nach ihm. Weißt du, wie toll er riecht? Er riecht so himmlisch, so fruchtig. Ich habe mehr Glück in dem, was ich tue. Ich denke oft, was wäre, wenn er nicht um mich wäre? Wenn ich spazieren gehe und er mich mit seinem Duft betört, drehen sich alle nach uns um. Sie werfen uns Blicke zu und beginnen zu tuscheln. Ich hätte ihn doch nicht mit nach Hause nehmen sollen. Wahrscheinlich hätten wir uns schon in der Damentoilette trennen müssen. Manchmal hasse ich ihn dafür, dass er in mein Leben eingedrungen ist. Mein Ambi pur. Mein Ambi pur. Ambi pur. Halleluja. 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 Halleluja.